hallo und willkommen zu einer neuen folge von hell yeah der zorn des toten kanickels ja ich war ja letztes mal eigentlich hier in dieser komischen insel habe aber da ja meine schnitt gemacht und kam irgendwie jetzt wieder hier raus aber das soll mich jetzt nicht weiter stören das können wir später auch noch machen ich wollte mal gucken ist hier irgendwas nach sie mal eine an so einmal herunter ach du scheiße sie sich einer diesen feigling ein roboter hinter einem schuld es wird mir ein vergnügen sein auf seine schwachstelle einzuprügeln ja die frage ist natürlich nur was seine schwachstelle ist ok da ich denke ich denke ich denke ich muss hier hoch und von oben runter schießen auch ich bin gleich tot ach du scheiße ok letzter speicherpunkt los geht's und ich bin ja fast tot gibt's hat sie nicht irgendwo in der nähe auch was gegeben zum energie aufladen das wäre natürlich jetzt eine gute frage ja das hatten wir gerade schon gelesen so einmal das hier noch mitnehmen das hier mitnehmen die dinger möchten mir nicht gefallen so komme her geht doch dann müsste sich ja eigentlich irgendwo die nächste tür aufgetan haben so hier war nichts mehr kurz warten kurz warten hierüber ich muss mal kurz gucken war hier unten nicht noch eine tür ach so da komme ich noch nicht durch genau und ich wollte mal hier teleporter zielmissionen leben das gäbe es hier unten ach hier kann man auch was machen ich hätte aber gern wieder meinen coolen hut den ich mir gekauft habe ich habe mir doch hier noch irgendwas gekauft okay dann lassen wir derweil mal den minenarbeiter normal so ok moment ich wollte hier noch mal kurz den monster index mit euch zeigen mir zeigen genau also hier könnten wir im prinzip die ganze monster nochmal angucken und wir haben bisher elf monster gefangen so ja dann würde ich sagen es geht weiter die frage ist jetzt ich denke aber ich muss hier hoch nein nicht nach unten dann hier hoch genau hier hoch und hier aber diesmal bitte kurz warten so moment mal gibt es hier drüben vielleicht irgendwas na komm runter ich hab dich doch schon gesehen so nicht komm runter so ok was bist du das mag mir irgendwie nicht gefallen so gucken wir mal ob der raketenwerfer ihm bisschen mehr damage macht nicht wirklich da brauche ich hier meine mg und zack was gibt es ach du scheiße was ist das denn jetzt wenn man hier keine epileptischen anfälle nicht bekommt dann weiß ich auch nicht so lassen wir mal hier weiter ok jetzt geht die tür da unten auf so ich möchte aber noch hier hoch hab dich schon gesehen und hier hoch und hier hoch und die sterben ich treffe nicht so was haben wir denn hier oben auch du scheiße ach so ok dann durch 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 den muss ich denke ich wieder schieben und hier runter ach ja und hier nach oben ich hoffe mal der weg ach danke schön aber ich habe wieder voller energie so soll es sein so dann den ganzen weg natürlich wieder zurück hier lang hier lang hier lang genau und hier ging es nach unten abwärts gleich hier rüber so dann geht es hier weiter na super hier hätte man sich auch aufladen können auch nestor verlaufen macht die karte auf mit tab ratlos macht die karte auf mit tab hungrig depressiv die karte hilft immer so ich schiebe das ganze ding hier mal geht weg hier hier rüber ok moment ich möchte hier runter aber ich möchte auch noch hier nach oben erst mal den den kleinen lästigen wurm hier abknallen so hier rüber was hätten wir denn moment ich brauche zuerst wieder den hier oben artet ja schon in richtigen rätseln hier aus aber es macht immer noch spaß hier oben irgendwas nein und was soll ich jetzt mit dir machen metallfeinde kann man nicht ansägen das ist schlecht vielleicht eine rakete oder vielleicht hier auf die andere seite jetzt und jetzt jetzt scheiße daneben oder doch nicht angeröstet roastert so den hier weg machen was ich noch kurz schauen möchte hier gab es doch noch einen weg und der gegner glaube ich mag mir auch nicht gefallen hier gab es doch noch den weg nach unten wo ging es denn hier hin kann ich irgendwas machen seid ihr vom fernseher gestorben gibt es wieder mehr wege oder wie ach du scheiße ok gucken wir mal kurz ob wir den besiegen können ich kann den also hier quasi mit ein bisschen säure jetzt habe ich auch noch mit dem auto mit dem lkw rumfahren oh mein gott monster truck wird er jetzt überfahren seht euch mal hier das kann ich ja klar klar wir fahren ein paar mal drüber warum nicht ach ja so wo geht es denn hier hin so hier nach oben war ich hier schon ach ja das war er hier darf ich vielleicht hier mal auf so eine plattform hoch das wäre sehr nett äh da kommt eine wow artet ihr noch voll in stress aus nein nein muni alle muni alle das ist schlecht okay was soll ich denn hier machen ich bin wieder kurz vorm abnippeln hier ja ich war kurz vorm abnippeln ich bin abgenippelt so nochmal jo was ich ein bisschen schade ist was ich ein bisschen schade ist genau was ich ein bisschen schade finde dass wenn man hier quasi stirbt und neu anfängt man quasi die gleiche hp zahl hat wie vorher ich sollte ein bisschen mehr aufpassen nur ein klein wenig so einmal hier durchsägen so wo ist er denn auch was hat mich denn jetzt schon wieder getroffen irgendwas hat mich getroffen und ich weiß nicht was ich treffe ihn nicht na komm schon ach so ich soll den heiz zünden sagt mir das doch jemand man sollte auch lesen attacke die musik oh man das spiel ist einfach nur zu geil wow so was hätten wir denn hier sonst noch na komm bleib ich mal hier hier oben noch irgendwas nein ok dann geht es wieder ein stockwerk tiefer gucken wir mal hier links ok hier kann ich noch nicht lang dann was bist du denn ich glaube diese diese arme möchten mir nicht gefallen ich bin auch nackt es ist toll die leichte brise auf der haut zu fühlen was trotzdem spar ich für klamotten da drüben gibt es einen tollen laden ich bin nicht nackt im ernst hör damit auf ach ja ich habe da gerade noch was gesehen ach ja so weiter geht's hier nach oben hier nach oben ja das hatten wir gerade schon ja ist gut ist gut einmal hier durchwühlen gucken wir doch mal in den shop grenades nachladen kauf waffen upgrade für 2000 ja kaufe ich so das war es auch schon wieder mehr können wir uns nicht leisten ne außer vielleicht den wollte ich mir noch kaufen so ach stimmt ich habe mir das letzte mal nur dieses ach du scheiße das ist ja mein granatwerfer oh ich squeeze flatsch so ähm komme ich jetzt eigentlich äh hier hoch ne da muss ich glaube ich von der anderen seite rüber ich probiere es einfach mal geht sogar so äh einfach hier nach unten würde ich sagen ok ähm dann denke ich hier nach rechts weiter also die waffen sind ja hier schon ein bisschen übertrieben so meiner meinung nach komm 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 nein ok äh äh hab ich jetzt eigentlich noch granaten oder hab ich da jetzt alle verballert na super runter und Und hier rüber. Ach du Scheiße. Achso. Sagt mir das doch jemand. Hier rüber. Und hier rüber. Hier nach oben. Okay, was haben wir hier? Stirb. Ich bin fast tot. Wie soll ich denn hier weiterkommen? Wow. Aha, Nestor. Auf der Karte seht ihr immer, wo die Post abgeht. Öffnet sie mit Tab. Erstmal möchte ich mich hier um den hier kümmern. Ich brauche mal irgendwas, was mich heilt. Hatten wir gerade schon. Öffnen wir mal die Karte. Ja, ich muss quasi hier hin. Wenn ich halt hier noch mal kurz an Energie ran käme. Mal gucken. Stirb, stirb. Gibt's hier... Ja, hier gibt's nur wieder Kohle. Oh, ich trau mich nicht weiter. So. Gibt's hier oben nur Geld, oder wie? Und mein Granatwerfer ist immer noch leer. So, da oben komme ich noch nicht durch. Doch, komme ich. Äh, oh, dankeschön. Endlich, es wurde auch Zeit. Äh, ach so, jetzt bin ich wieder hier. Hm. Sagt mir das doch jemand. Ich laufe hier im Kreis. Boah. Boah, wer riechst du denn? Schlafmodus. Faule Socke entdeckt. Böse Roboter. Träumt sicher wieder vom flauschigen Kanickeln. Angenommen. Null steht für keine schnelle Bewegung. Oder ich wach auf. Und mach dich fertig. Wofür steht dann eins? Ja, das denke ich, werden wir gleich herausfinden. Ich soll erst mal das hier mitnehmen. Oh. Oh, das ging ja schnell. So, Flatsch. Da ist ein Muß. Da müsste jetzt eigentlich die 12er Tür aufgehen. Ne, 17 von 17 ist doch schon. Okay. Ja, ein weiter Weg, den wir da vor uns haben. Aber den könnte man doch sicherlich auch. Hier rüber abkürzen. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Und außerdem kann ich dann meine bisschen Energie, die mir fehlt, wieder auffüllen. Oh, hier. Oh. Wie wir das mit Energie auffüllen. Oh, hier runter. Hier runter. Äh, mal kurz die Karte. Okay. Jetzt immer nach links. Immer nach links. Zack, zack. So. Aber bevor ich jetzt weitermache, würde ich sagen, ich mache hier eine kurze Aufnahepause. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von Hell Yeah, der Zorn des toten Karnickels.